Alter, du hast weh, das Flaschen! Ja, und ich hol das neue und koch dir das ab, wie sich das gehört. Hallo und willkommen zurück bei Subsystems. Suba hat ein bisschen vorgearbeitet, hat Holz gesammelt, weil wir wollen ja eine komische Puma-Base nachher bauen und mal ein Puma schlachten. Aber ich hab grad gesehen, das Beet ist fertig, ich muss erst mal ernten. So was von ernten. Und? Sonst so? Was gibt's noch? Wie sonst so? Ich dachte, du erzählst jetzt. Mach keine Samen. Mach keine Samen? Nee, warte noch, ich hab noch welche in der Tasche. Ja, hier sind irgendwelche drin, wenn du die nicht schon... Die hab ich. Nee, hier sind noch mehr drin. Ja, mehr geht nicht. Aber ich mach die Baumwolle drin. Nee, vorbei, hab ich rein gepflanzt. Nein, die Baumwolle mach ich in die Kiste. Ach so, ja, ja, ja. So, jetzt haben wir Gemüse. Wollen wir was essen? Wir müssen... Ich zieh erst mal... Von jeden einen Samen. Ja, aber wir haben neun Karotten und neun Zwiebeln. Ich kann, glaub ich, zwei Samen ziehen. Drei Karotten. Drei Karotten ziehen, weil kommen immer drei raus. Und von den Zwiebeln hatten wir, glaub ich, sechs nur, ne? Davon musst du zwei ziehen. Nein, wir haben jetzt zwei Zwiebelsamen, zwei Karottensamen, einen Kartoffelsamen. Die packe ich jetzt erst mal... Hast du da vollgemacht schon? Natürlich, natürlich. Okay, dann packe ich die Samen hier hin. Eins, zwei, drei. Ach, ich wüsste, ich mach noch einen Zwiebelsamen dazu. So, und jetzt teile ich mal hier. Ähm... Halbieren. Essen. Wettchen. Hier. Vitamine. Hier. So, pass auf. Einmal. Zweimal. Und... Dreimal. Jetzt essen wir. Jetzt essen wir. Alter. Oh, guck mal, mein Balken, wie er steigt. Aber ich bin immer noch nicht voll. Aber es sieht schon hübsch aus. Meiner ist so bei 80. Ja, meiner auch. Meiner auch. So, jetzt bräuch ich Wasser. Go. Wie cool, mein Neues. Du hast jede Flasche getrunken! Ja, und die cool ist Neues und kocht ihr das ab, wie sich das gehört. Eins, zwei. So. Dann sind wir ja startklar. Ja, wenn ich dann noch... Müsst noch schneller trinken. Ein bisschen essen wäre noch nicht schlecht, aber ich hab nichts mehr. Nee, was geht. Brauch ich noch? Nee. Ja. Ja. Und äh... Wir haben... Ich hab was für dich in der Raffinerie. War fleißig. Ja. Oh, schön, Dietrich? Du unterwegs? Natürlich, kannst du machen. Zwei Bretter und vier Sonneteile. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Dietrich. So. Ein Projekt darin. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, und jetzt gehen wir dahin, wo die Dietrich-Kisten sind, oder? Ja, ja. Aber wir wollten ja ein Puma-Ding bauen. Aber die Dietrich-Kiste ist links und der Puma ist rechts. Ah, entscheide dich, entscheide dich. Aber geradezu ist auch vielleicht eine Dietrich-Kiste. Nee, da ist so selten eine, die will ich nicht suchen. Nee, wir gehen die Puma-Base bauen und vielleicht finden wir dabei eine Dietrich-Kiste. Da oben gibt's keinen Dietrich. Und wenn nicht, gehen wir auf die andere Seite. Da oben gibt's keinen. Na, dann gehen wir jetzt die Puma-Base bauen. Und nehmen den Dietrich einfach mit. Warte mal, guck mal. Nee, Ligel ist eng. Dann müssen wir noch ein paar Kisten sammeln. Ligel haben wir 54. Wir brauchen für eine Foundation... Was hatten wir noch mal? Eine Foundation, wahr? Ja. Eine Foundation. Zwölf. Fünf. Okay. Foundation. Zwei. Zack. Foundation. Da braucht man eine Tür, wahr? Mh. Mh. Eine Tür... Vier... Zehennigel... Oh. Und ich weiß nicht, wie viel der Puma abkann jetzt. Eine Tür, okay. Das wird ein Vierer sein. Eine Tür, noch was? Eine Treppe? Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt müssen. Wir können nur hüpfen. Aber durch die Tür kannst du nicht hüpfen. Ich weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, eine Baukiste. Äh, brauche ich mir noch... Ich hab acht Pfeile und du? Äh... Fünf und ich hab jetzt fünf Nägel. Okay, vier, dann brauche ich mir noch... Zwei Pfeile. Also vier. Hier. Hier ist ein Ölsch. Na, nimm den. Nee. Aber wo ist denn unsere... unsere Falle? Achso, die hast du woanders hingestellt. Stimmt ja. Die habe ich auch repariert. Also ich hab ein Hammer gebaut. Zum Reparieren. Ähm... Da gab es eine Foundation und eine Türwand. Wer hab ich nicht? Hier ist was drin. Hier ist die ein Tote. Schön, schön. Flachten. Möp. Naja, ja, ja, ja. Wir müssen ja wahrscheinlich... Ja, bis jetzt... Vormittags... Ah, mal gucken. Geil. Ähm... Musst du was essen? Ich mach jetzt den Hasen schnell. Ja, musst du was essen? Ja, ich bin bei 80. Ich ess jetzt den Hasen. Ich bin bei 70. Ah, ist geil. Dann isst du den Hasen. Nein, nein, iss mal. Na, wir müssen los. Ja, wir haben doch Zeit. Sind Dietrich, hast du? Ja. Wer kennt die meine Dietrichkiste? Ah, kommt noch. Als... Als der Puma-Base. Du wolltest die scheiß Puma-Base. Jajaja, aber... Vielleicht kriegen wir das Schätze. Außer Dietrichkiste. Schönen Schätzchen. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Stoff drin. Ja, Kleber. Kleber und Seen. Das würde reichen. Oder Kupferfragmente. Kupfer auch. Bei Kupfer haben wir Gipsnix. Kupfer... Alle. Kupfer schläft. Kupfer müde. Nein. Alle. Haben wir unsere ganzen Beet... Unsere ganze Beetlein gefressen? Ja. Jetzt müssen wir wieder zwei Tage hungern. Nein, wir hungern. Na doch. Gibt ja nichts, Bitchy. Okay. Acht Pfeiler hat er. Hoffentlich ist der nicht schneller geworden. Der scheiß Puma. Warum soll der schneller werden? Nein. Nein. Das ist brutal. Okay, wo bauen wir ab? Schnee oder? Ich weiß irgendwo nicht. Nee. Hier wurde. Hier. Ja, hier. Mhm. 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 Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Schwungfeder? Ja, in echt. Du hast doch hart. Nee, in richtig. Oh. Ich möchte essen. Da, Beere. Wo? Hast du grad die Fressen. In dich rinnen. Hört, wie die Snacktart vor sich hinten. Äh. Da. Da? Ach, nee. Nee. Ist der Wolf zu dicht. Da ist ne Kiste. Da ist ne Apfel. Den esse ich. Aha. Ich hab ne Beere gehabt. Und auch ne Kiste. Na siehste. Die schenkt. Aber das ist bestimmt auch was zu essen drin. Ne Beere. Siehste? Fasern. Viele Fasern. Hier sind Erze. Kopfer? Kopfer? Andere. Aber nimm die trotzdem. Wir brauchen die bestimmt bald. Guck mal hier noch ein bisschen. Das ist Eisen. Eisen brauchen wir. Nimm, nimm, nimm. Einen Eisen. Nee, ist nicht Eisen. Da noch Faser. Nee, ist Kalium. Ja, Kalium und blaue. Neiße. Zink. Zink, 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 zink. Okay. Wo bist du? Hier oben. Okay. Mal gucken, wo unser Kumpel ist. Hm. Was grunzt denn hier? Ich würd nicht wissen. Hier bin ich mal gestorben. Ach, ich bin schon an so vielen Punkten auf der Insel gestorben. Aber hier hast du dir mal wirklich was. Ein Bein fressen lassen oder so. Ja, und nach dem Bein hat er meinen Körper einschliessen. Geh mal schön alleine da hoch. Warte, warte, hier ist noch ein Eisen. Irgendwo war hier ein Wolf oder ein Bär. Hm. Da hab ich ja nicht von. Ah. Da ist du schon wieder alleine. Ja. Ja. Bisschen, äh. Bisschen angespannt. Wenn der scheiß Puma jetzt kommt. Ohne, dass wir ein Haus haben. Ja, aber wir sind nicht so schnell. Oh. Röchelt er? Wolf. Ich hab nicht gesehen, wo. Nicht gesehen, wo. Hm. Hm. Kiste. Kiste, ja. Aber da hattest du... Öööö gemacht. Geh langsam dahin. Hm. Röchelt nicht. Röste? Ne? Jut, jut. Ne, gilt sie. Da ist der Puma. Ah ne. Ist das ein Reh, wa? Ist das ein Reh? Im Westen? Ist das ein Reh? Ja, ist das ein Reh. Komm, wir bauen einfach die Base und ziehen ihn. Ja, aber nicht einfach irgendwo. Oh. Aber hier haben wir die alte auch. Den baust du doch hier hin. Kann ja nicht verkehrt sein. Aber wir müssen hüpfen. Ja, dann hüpfen wir halt. Oh. Genau im Moment des Sprungs. Ja, wir müssen von der Seite hoch hüpfen. Ich kann doch durch die Tür hüpfen. Hast du euch gesehen? Ja, das ist richtig gesehen. Du hast doch gerade gesehen. Mit einem Puma am Nacken? Ja, mit einem Puma. Den hast du ja. Okay, du holst den Puma. Ne, ich gucke zu. Ne, doch. Wir müssen zusammensuchen. Such den. Such den Puma. Da steht noch. Such fein. Da ist ein Bär. Oh nein. Was, nein? Nichts. Springe vor Bärs. Ja, aber die waren nicht so einfach zu erreichen gerade. Achso. Was? 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 Was ist das? 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 Ja, ich hab das gesehen. Ja, ja, der. Kätzchen. Wollen wir vor dem OB stehen? Ich stehe nicht auf OB, du Hunk. Ich dachte, du stehst noch da. Mietz, Mietz, Mietz. Das ist doch nicht. Wo ist das? Ich brauche Hähnchen. Vielleicht sind die auf brutal woanders. Hähnchen. Hähnchen hätte ich ja auch gerne, ey. Aber erstmal brauchen wir... Wer? Königs? Was ist hier? Hinten? Oh! Oh fuck. Hier ist er. Hier ist er. Ähm... Osten. Ja, ich bin auf der Base. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Na, wie ein Puma eben. Zack, zack. Guck hinter mir. Rechts, links von dir. Hm. Oh fuck, der macht uns all kaputt. Mal gesehen. Kannst du reparieren? Nee, ich hab den Dings nicht bei. Fuck. Alter Schwede, das wird eng. Ja, glaube ich auch. Und vor allem, wir haben den dreimal getroffen. Oh, ich hab mal auf den. Der hat nichts abgenommen. Aber ich hab keinen Nagel. Hast du einen Nagel? Warte, ja, ich hab einen Nagel. Komm her. Reizen. Aber der hat ja nicht abgenommen, den haben wir dreimal getroffen. Der hat immer noch genauso viel Leben fast. Ja, wir haben ihn nicht getroffen. Wir müssen auch Pfeile in der Erde stecken. Doch, haben wir getroffen. Ja, jeder einmal, aber da ist noch ein Pfeil. Ja. Wie viele Pfeile halten noch? Zehn. Hast du ihn? Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn, aber... Aber von da hinten, du musst... Nee, mach du mal lieber. Du hast von hier hochspringen. Ich treff gut, aber... Guck, von hier kommst du nicht hoch. Ah, siehste. Wo denn, wo denn? Rechts, zwischen den Felsen. Rechts, rechts. Rechts. Ja, ja, ja. Du hast ihn nicht getroffen. Okay. Hätte ich auch machen können. Jetzt aber. Holy shit. Der ist echt schnell. Wie immer aber. Getroffen? Ich hab ihn getroffen. Ich auch. Zuhause, dass wir in jeden Fall da nehmen. Du hast ihn nicht getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Jetzt ist er links hier lang. Genau hier runter. Den Berg hinter dem Hügel. Nee, aber hier steckt kein Pfeil. Wir müssen den Pfeil getroffen haben. Ich hab ihn getroffen auf jeden Fall. Okay. Links? Okay. Weiter. Also jetzt rechts. Jetzt mehr rechts und hinter dem Hügel. Da ist doch eine Himmelsrichtung. Süden. Also jetzt gerade laufen. Nee. Aber halt doch mal ruhig. Ich lauf doch nicht direkt auf den Zug. Schade. Der ist weit weggelaufen. Das schaff ich nie. Aber der hat nicht hier drin. Ein bisschen grad. Na kommt er. Der hat aber nicht mehr viel. 50 oder so. 50? Hm. Geh mal gucken. Der hat nur noch 50, 56 oder so gehabt. Grad. Okay. Scheiße. Nicht getroffen. Oh fuck jetzt. Der kommt da. 10. Ist er dicht? Nö. Er hat mich getroffen. Ooooooh! Geil. Verkehr, was du hast. 2, 3, 4 Seen, Alter. Nur. Für einen 4er Wolf. Bär. Die Puma. Davon können wir einen Seil bauen. Verdammt. 2 mal Leber, 3 mal Fett, 1 mal Fleisch. Wie viel Leber? 2. Okay. Davon machen wir hier so einen Zaubertrank. Ja, los. Ich muss Hände waschen. Ja, warte mal. Papa, mach mal. Beim ersten Mal da dauern die Bissen in den Boden. Ja, aber nur 2 mal. Die sind stark, oder? Mhm. Noch 4 Pfeiler. Da hinten war ein Hühnchen. Aber ich muss Hände waschen. Nein, du musst dich nicht. Oh. Du musst nicht so schnell. Außerdem brauchen wir einen Trank. Komm, wir müssen noch ein Hühnchen. Obwohl, ich würde essen. Ah, geht noch. Oh, Puma ist schon kacke. Und dann... Wir sind eigentlich noch ja nicht so weit wie ein Puma war. War viel zu früh. Aber du denkst ja immer so was aus. Naja. Du musst auch ein bisschen Spannung haben. Nächstes Mal holst du den. Nein. Hier im Schnee war ein Huhn vorhin da oben. Wo ist er? Da. Du triffst es doch eh wieder nicht. Soll ich es machen? Ich bin nicht spannend. Du darfst da nicht so dicht ran. Ich seh't nicht. Rechts in Richtung Südwesten. Zwischen den Bäumen. Rechts Südwesten. Siehst du das am Baum? Rechts vorm Baum? Hm, das ist aber oben. Ich mag nicht nach oben. Ja, toll. Das darf ich so nicht ran. Das ist so da. Ich kann immer nie ran. Nein, aber geht hier nicht so nah. Hässlich. Ja. Ich sag's dir. Ich fang halt mit Fingern. Oh, das ist nicht verkrochen. Da oben. Das läuft den Berg hoch. Ich komm von rechts. Ich seh't nicht Laufen. Wo? Ich seh't jetzt auch nicht mehr. Na toll. Wir gehen wieder nach Hause. Komm. Ja, wir gehen nach Hause. Komm, wir haben noch Fleisch. Vielleicht bleibst du hier irgendwo hängen. Du bleibst auch hängen. Wir haben gar kein Fleisch. Doch, ich hab in Taschen. Wir machen ja... Ja, aber wir machen ja Zaubertränke damit. Ach, nicht. Na toll. Hat sich der Adler geholt. Warum? Da ist es doch. Tot? Nee, das war ein Baumwippel. Das sah auf die Hunden aus wie ein Huhn. Guck. Da. Ich hab gedacht. Guck. Da läuft es. Das war aber nur ein Baumwippel. Scheiße. Oh, ich will nach Hause. Da ist das Huhn. Hm. Du hast dich schossen. Nicht getroffen. Haha. Ich hab auch von ganz weit weggeschossen. Dann krieg ich den Pfeil wieder. Alles gut. Dann hol ich mit. Oh, hier ist Unhuhn. Das hol ich mit. Das ist meins. Das hab ich dahin gejagt. Ach du kannst es. Du musst dir das fangen? Nee, ich esse es. Wie, hast du das schon geschossen? Nein, bleib stehen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Schieß schnell! Schieß schnell! Mann, warum gehst du denn? Ich hab nicht gegangen. Ja, wann denn? Ich hab hier standen wie ein Stein. Ich stand nur da. Ich hab das gleich gesagt, weil es zu uns kam. Schieß schnell. Mann, ey. Wo ist das hin? Ich weiß nicht. Sprich, das hat dich georbt. Wo? Ich hab's gehört, ja. Ich glaub, das ist hier rechts lang. Die Stille. Wir brauchen eine Thun für Pfeile. Hier finden wir halt nie wieder. Nee, ich glaub auch. Mann, ey. Da ist eine Kiste. Renn nicht immer so. Oh, da ist eine Feder drin. Siehste, haben wir. Komm. Ein schöner Thun, ey. Hättest du's mal getroffen bei den 10 Versuchen vorher. Mann, das war so weit weg. Ich konnte das kaum erkennen. Das sah aus wie ein Baumwipfel. Scheiße. Das war schon krass. Wenn das einer vorher beobachtet hat. Der hat bestimmt gleich gesehen. Was macht die denn? Der schießt auf den Baumwipfel. Ich hab voll gedacht, das zu tun. Oh ja. Kannst du dir morgen angucken. Übermorgen. Über 10. 13 Tage. Da Kupfer. Meins. Was hat denn hier die Grunst grad? Alter. Da ist eine Heidelbeere am Baum. Wo bist du denn? Hä? Nee, grunzt doch nichts. Ja, was hat denn hier eben die Grunst? Ich hab's doch gehört. Vielleicht hab ich hier lacht. Grunst du dabei? Pff, vielleicht manchmal. Guck mir mal den Kupfer. Schön. Okay. Ah, ein Puma. Und der nur vier Seen. Und der, was war halt ein Vierer? Mhm. Oder ein Fünfer? Vierer. Und der hat ja nur vier Seen? Mhm. Ist ja doof. Ah, doch war schön. Also war spannend. Ja, schon. Mit Puma haben wir ja nicht so gut erfahren. Oh, oh, oh. Scheiße. Scheiße. Wo ist denn? Hilf mir. Außer. Nee, der kommt nicht. Aber der war ganz laut. Hier ist eine Kiste. Nee, ist ein Baum. Äh, ist ein Busch. Er darf zu rennen. Ich hab doch den Wolf. Nein, da ist gar kein Wolf. Okay. Boah, da bin ich der Wolf. Im Schafspilz. Geh da nicht so dicht ran. Aber ich will, weil hier ist ein Marde. Ja, aber hier sind immer Wolf. Aber er hat nicht Schick und... Boah, wie Zeit das Abend wird. Ich müsste mal ganz dringend auf Toilette. Der Spieler hat keinen Stuhlgang. Ja, aber ich muss Bibi machen. Ach so. Okay. Ernst, ernst. Ernst, ernst nötig. Schlecht vorbereitet. Nee, ich war ja, aber ich muss schon wieder... Ähm... Äh... Meine Hände sind immer noch blutig. Ich muss jetzt erstmal ernst schnell... Ja, wir sind doch jetzt... Geh langsam! Ich... Ich geh langsam! Okay. Es sah aus, als wenn du rennst. Nö. Da ist eine Kiste vor dir. Ja, ich ess die gerade. Also, ich öffne die gerade. Noch eine. Sehr schön. Ja, ich hab zwei gehabt. Links ist ein Wolf. Ich muss erstmal schnell... Oh, noch eine Kiste. Erst waschen, denn Kiste. So. Kiste. Na, siehste. Wo bist du? Du hast... Du hast ein Wolf. Ja, ja, ich seh ihn. Muss ich hier durchs Flussdelta. Nein, das ist kein Flussdelta. Das ist ein Seeufer. Hier ist eine Baukiste. Ah ne, das ist Metallschrott. Alter, meine Augen. Da wird der überarmt. Naja, siehste. Gleich eine Ausrede. Ich geh zur Falle. Ich geh nach Hause. Kann jetzt nicht mehr wegrennen. Ich ja. Und warte es. Und wenn denn nur kurz. Ja, komisch. Wer essen denn von uns beiden hier an der Zeit die Rand? Ich bin voll. Das ist alles grün. Aber mein Essen ist... Achso. Veggie ist gut, aber... Oh, scheiße. Jetzt hab ich den Samen ins Wasser geworfen. Äh, Kiste voll. Protein ist schlecht. Ich koch gleich. Vielleicht ist ja... Vielleicht ist ja was drin. Aber eine... Zwei Leber? Du musst du aufheben. Naja, gib die Leber auf. Aber dann kann ich dir nischt machen, wenn... Ja, dann mach nur... Machen wir nur eh nen Heiltrank. Ja, find ich auch. Ach ne, scheiße, dafür brauchen wir Algen. Egal, mach die Leber einfach. Ja. Wir besorgen das denn, wenn wir brauchen. Ich koch ne Leber und ess mein Fleisch. Ich koch alle lieber. Oder wir müssten fünf Algen suchen. Das wird schwer. Ja, ja, ja. Guck mal, ne Falle. Was war drin? Ne Hasi. Na, siehste. Achso. Die hat noch 111, die Falle. Okay. Ist gut. Der Ofen ist noch easy? Hat grad voll gemacht, aber war okay. Ah, ist ja entspannter mit dem Ofen auf jeden Fall. Ja. Wir müssen vielleicht ne zweite Kiste bauen, wa? Ja, wird Zeit, glaube ich. So langsam sind unsere Materialien doch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir schon zwei Streichhölzer. Also der Ofen kann ruhig mal aussehen. Wenn wir ganz viel unterwegs sind. Ah, nun koch schnell da. Ich muss auf die Toilette. Ich muss die Folge setzen. 5, 10, 3. 1, 2, 3. Okay. Kiste, wo stellen wir die hin? Die stellen wir gleich hier hin. An die... An die BKE. Du warst mit Eiweiß runter, ne? Is mal beide Sachen, die da drin sind. Und dann machen wir nämlich... Ja, Legren, esse ich denn. Machen wir Schluss für heute. Und dann... Ist ja schon abends. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut da rin. Tschau.